Wir freuen uns auf eine Band mit hervorragenden Musikern, die den alten New Orleans Jays mit verschiedenen Stilen aus der Karibik mischen und freuen sich auf die Virtuosität und Experimentierfreudigkeit der New Orleans Shakers. Viel Spaß! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.